Hi, ich bin Louis. Das hier ist mein Laden. Also gut, ich zeig euch mal alles. Der ganze coole Kram und Leute, die den ganzen Tag nur Fernseh klotzen. Ein dauerndes Rumgeklopfer auf den Tischen. Auf die passe ich besser mal auf. Joscha hier managt sogenannte Projekte. Okay. Der Typ neben ihm heißt Dominik. Schaut mal, der malt sich selbst an. Und er ist irgendwie der Kopf von drei Buchstaben. S-E-O. Freaky. Aber scheint wohl sehr wichtig zu sein. Helena ist toll. Sie steht wenigstens ab und zu mal auf, redet mit den anderen und wird ständig was gefragt. Den totalen Überblick geben. Und dieser Typ, Jonas, ist krass. Er bewacht seinen Fernseher den ganzen Tag. Auch am Wochenende kommt er hier. Ich glaub, er hat gar kein Zuhause. Alex denkt wirklich, er wäre hier der Boss. Okay, wir wohnen zusammen. Also will ich ihm diese Illusion nicht nehmen. Er sagt, wir müssen hierher, damit ich mehr Wienerle bekomme. Ich weiß aber, wo die herkommen. Das ist ein ganz anderer Laden. Einfach keinen Plan, der Typ. Alle anderen sind nur da, um mich zu streicheln. Ist doch klar, oder? Ganz schön anstrengend, auf eine ganze Agentur aufzupassen. Jetzt brauch ich mal ein Päuschen. Okay, wenn ihr Bock habt, ruft halt mal an. Aber nicht alle auf einmal. Ich kann mich ja nicht hundert teilen. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Musik